Platz 3 2001 starten Blue durch. Die vier Jungs aus England stürmen die Charts und sind vier Jahre lang sehr erfolgreich. Jedes ihrer drei veröffentlichten Alben schafft es an die Spitze der Charts. Und selbst Musiklegende Elton John wird zum Fan der Band. Mit ihm dürfen Lee, Duncan, Simon und Anthony sogar einen Song aufnehmen. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist die Band 2005, um sich Solo-Projekten zu widmen. Anfang des Jahres kommt es dann zum großen Comeback. Quasi im Namen der Queen treten Blue beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf an und feiern dort mit I Can ihre Rückkehr. Heute feiern sie ihr The Dome Comeback.